Ja, herzlich willkommen in diesem Video. Du hast es wahrscheinlich schon in der Videobeschreibung gesehen, worum es in diesem Video gehen wird. Und zwar um das Unboxing von dem Amp Run in der Nigelnagel 9 Mercury Edition und der Blue Box. Zunächst erstmal zu der negativen Nachricht, ja, zu der schlechten Nachricht. Es wird in diesem Video keine Soundbeispiele geben. Ja, schade, schade. Aber die positive, dann kommen wir gleich zum nächsten, ist die, dass Chris und ich, um das vorab schon mal zu sagen, wir stellen unser Equipment vom Sound, vom Amp Air komplett auf den Amp One und die Blue Box um. Da sage ich aber gleich noch was dazu. Das heißt, es wird in den kommenden Wochen dir viele Lektionen geben, ja. Die ganzen Lektionen, die kommen mit den Songs und so weiter und so fort, die werden alle mit dem Amp One eingespielt. Und ganz klar, es wird natürlich auch noch ein ausführliches Review geben zum Amp One als auch zur Blue Box mit Soundbeispielen, wo ich einfach mal ein bisschen an den Knöpfen drehe. Ich drehe einfach mal am Rad, ja, und zeige dir dann, was man aus der Kiste alles rausholen kann, okay. Das wird noch ein paar Wochen dauern. Da bitte etwas in Geduld üben, aber das wird auf jeden Fall kommen. So, jetzt aber erstmal zur Sache. Also in diesem Video zeige ich dir mal ganz kurz, wie das Ganze aussieht, was du bekommst, ja. Ja, zunächst erstmal kann ich dir vorab schon mal sagen, also Chris und ich, wir sind von dem Ding mega überzeugt. Vielleicht noch ganz kurz zur Vorgeschichte. Und zwar aber haben dieses Jahr, also 2018, zum Guitar Summit den Thomas persönlich kennengelernt, auch den Kai, auch von Blue Guitar. Und haben natürlich auf dem Guitar Summit viele Amps gespielt, ja. Digitale als auch analoge Rührenverstärker. Und einer ist uns aber besonders im Kopf und im Gehör besonders hängengeblieben. So, und das war der Amp One. Kein Scheiß, wirklich richtig geil, das Teil. Wie sowas halt warum, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Wobei ich da nicht ganz so detailliert eingehen möchte. Das kommt dann wirklich alles in den Review. Und, ja, da haben wir auf jeden Fall schon nachgefragt, hey, ob wir nicht mal so ein Ding zum Testen haben können. Wir machen dann ein Video und mal schauen, wenn es uns gefällt. Vielleicht, ja, kaufen wir auch so ein Ding. Weil, und das vielleicht auch vorab, Chris und ich, wir haben insbesondere, also was für uns primär, insbesondere wichtig war, war eine Recording-Lösung für zu Hause, ja. Oder auch fürs Studio, ja. Jetzt nicht unbedingt primär für den Proberaum, für die Bühne. Das auch. Sollte auch tauglich dafür sein, ja. Aber primär sollte es auf jeden Fall eine einfache Lösung sein, ohne viel Kabelage, ohne viel, dass man jetzt irgendwie mit dem Mikrofon noch was abnehmen muss und hier und da, ja. Und das hat die Mischung zwischen M1 und Bluebox, beziehungsweise dieses Zusammenspiel, auf jeden Fall geschafft, okay. Also, also an der Stelle erstmal nochmal super, super vielen Dank für den, zum Thomas, ja, dass es alles so reibungslos ging. Wir haben jetzt auch schon mehrmals mit ihm telefoniert. Ist wirklich ein super, super cooler Typ und der hat sowas von viel Ahnung. Über 30 Jahre lang hat er M's mitentwickelt, hat, glaube ich, so alle M's der letzten 15, Jahrzehnte gespielt und der hat wirklich ein super Gehör dafür und einfach so eine krasse Erfahrung. Und das merkt man auch, was in diesem Ding drin steckt und wie es klingt und auch in der Bluebox, ja. Und der zweite Dank gilt an Kai für die ganze Abwicklung, der uns quasi, weil ursprünglich war es so gedacht, dass wir erstmal ein Librarygerät bekommen zum Testen, ja, und erstmal schauen, wie das ist und um euch einfach mal ein Video zu präsentieren, ja, um dir das zu zeigen, wie das alles aussieht und damit wir auch schauen, okay, passt das für uns. Und das ging auch alles wunderbar über die Bühne. Da super, super, vielen Dank. Und jetzt, wie gesagt, haben wir uns dann relativ schnell entschieden, hey, pass auf, wir behalten das Ding und bestellen noch ein zweites für Chris, okay. Also, ich zeige euch mal, wie das Ganze aussieht. Ich nehme mal die Kiste hier runter. So, also, hier haben wir erstmal den M1, ja. So, das Ganze ist dann quasi, kommt hier in so einer Box und am besten mache ich vielleicht mal die Kameraposition auf meinen Schoß, damit du genau aussehen kannst, wie das von oben aussieht. So, also, hier haben wir jetzt die Box mit dem M1 Mercury Edition 100 Watt. Das Ding ist tatsächlich ein analoger Verstärker mit auch einer Röhre, in dem Fall hier eine Nanotube, ja. Das ist eine Technologie, ganz kurz erklärt, dazu findest du auch noch weiteres im Internet, wenn ich es so richtig verstanden habe. Ich habe mir gestern, oder das in dem Manual dann in dem Handbuch nachgelesen, das ist quasi eine Röhre aus der russischen Raumfahrtentwicklung und Ziel war es eben die normalen Röhrenverstärker, oder die normalen Röhren, die man auch in dem Verstärker verwendet, ja, die ja von der Lebensdauer sehr limitiert sind, als auch sehr, ich sag mal, angreifbar, aber nicht gerade sehr, sehr stabil sind, weil man eben, wenn man irgendwie rankommt oder, also sie können leicht kaputt gehen, das möchte ich sagen, genau. Die Lebensdauer sind nicht so groß und sind sehr sensibel und genau das hat dieses Teil hier nicht. Das Ding hat eine, ich glaube, dreifache Lebensdauer, ich hoffe, jetzt bin ich richtig, dreifache Lebensdauer von einem normalen Röhrenamp, plus nochmal, das Ganze verdoppelt sich nochmal, weil das eben nicht auf einer Platine gelötet ist, sondern irgendwie in der Luft ist oder sowas in der Richtung. Auf jeden Fall, also, das war nämlich auch unsere erste Frage, okay, wann muss man die Röhre wechseln? Wird hier nicht passieren, weil das Ding, wenn du es dir kaufst, wird dich überleben, okay. Also gut, aber dazu jetzt gar nicht viel mehr, ist ja nur das Unboxing, ja, das kommt dann später noch in dem ausführlichen Review, aber wie du siehst, ja, ich bin ziemlich begeistert von dem Ding und finde es auch richtig cool. Also, da hat man hier einmal eine Box, ja, so, wenn man die aufmacht, was sagt man da drin? Zum einen erstmal hier diese Karte, dort kannst du nochmal sehen, Amp One Mercury Edition, was ist neu? Das finde ich eine sehr praktische Sache, weil der Amp One vorher, also die normale Edition, war ja auch schon sehr gut, ja, und das tut auch Thomas nochmal, es ging ja nicht darum, irgendwie einen neuen Amp zu machen, weil der alte irgendwie schlecht war oder irgendwelche Macken hatte, ganz und gar nicht, sondern bei der Mercury Edition geht es wirklich darum, ich lese mal kurz durch und versuche es direkt mal zu übersetzen, und zwar, oder ganz einfach gesagt, es geht einfach darum, dass man auch den Leuten, die etwas mehr geben brauchen, zu der Mittelfraktion, das auch hier mitgibt, ja, und es wurden einfach nochmal ein paar Sachen verbessert, die eh schon ganz gut waren, nämlich, ja, More Tightness, also im Sinne von in der Overdrive-Kanal, einfach nochmal etwas mehr Tightness dahinter, und jetzt kommt der andere Part, More Punch and Bite for High-Gain Sounds in der Classic and Modern Channel, ja, dann noch so ein paar andere Sachen, der Reverb, der Hall, der wurde überarbeitet, das Recording Out, wurde überarbeitet, ja, das hat man dann hier, das ist auch richtig geil, das heißt, du kannst mit dem M1 direkt in dein Outer Interface gehen, das heißt, da ist quasi schon eingebaut eine Speaker-Simulation, in Anführungszeichen, um es jetzt mal leihenhaft zu sagen, das ist richtig geil, und das sind eigentlich so die Hauptmerkmale, das findet man, wie diese auf der Karte, das finde ich schon mal sehr praktisch, dann kann man das ganz schnell nachlesen, so, dann hat man hier das Handbuch, ja, User Manual, das finde ich auch sehr gut, ist einmal in Deutsch, einmal in Englisch, weil da steht nochmal alles drin, und zwar kurz und bringt man auf den Punkt gebracht, und da hat man nämlich zum Beispiel auch nochmal, ich habe hier gestern leider irgendwie eine Seite rausgerissen, die ist etwas lose, hat man nämlich auch nochmal die einzelnen Einstellungen, hier, was zum Beispiel die ganzen Tonregler angeht, die übrigens auch richtig cool sind, ja, hat man da hier nochmal das Ganze, das ist auf jeden Fall richtig cool, hier kann man auch nochmal nachlesen, wie das Ganze entstanden ist, das wurde dann zusammenentwickelt mit einem russischen Menschen namens André irgendwas mit P, diese Röhren-Technologie, so, dann hat man hier nochmal was von Thomas, dann hier den Sticker, ja, von M1, finden wir übrigens ein cooles Logo, ja, einfach mit der 1 drauf, cooles Branding, so, und jetzt hier, hat man einmal noch, ja, Netzstecker, Strom braucht das Ding natürlich auch, so, was ich jetzt hier mega praktisch finde, ist, du bekommst hier so einen Gig-Back mit dazu, ja, was schon mal heißt, also das Ding, ja, ist quasi, ich habe jetzt keinen Linear mit dabei, aber das ist vielleicht, ja, maximal so 30 cm, würde ich schätzen, und von, von der Höhe vielleicht aus so, also nicht viel mehr als 30 cm, das heißt, das Ding ist klein, aber vielleicht mal es erstmal auf, also hier der Gig-Tiger auf jeden Fall mit dabei, das heißt, das passt auch in jeden Gitarren-Gig-Back rein, weil, du wirst gleich sehen, hier ist das gute Stück, komm raus, hier haben wir es, also, ja, du siehst, ich kann es mit einer Hand halten, ja, Moment, wo ist meine Hand, ja, also, einen Röhren-Top-Time mit einer Hand halten, zumindest so, ja, das wird ziemlich schwierig, du kannst es vielleicht oben halten, aber selbst da bricht man sich halt immer das, ähm, den, äh, na, Halswirbel, so, hier ist das Ding, so schaut es im Endeffekt aus, und was richtig geil ist, ja, Bigis-Out-Sounds kommen ja noch, ja, aber, das Ding klingt tatsächlich wie ein Röhren-Amp, hat auch die Dynamik wie ein Röhren-Amp, also auch von der Spielweise her, weil, natürlich, das, der Sound ist das eine, aber das Spielgefühl ist auch nochmal das andere, ja, zum Beispiel, jetzt, wenn ich es vergleiche mit anderen, ich will jetzt keinen Namen nennen, anderen digitalen Lösungen, die auch in dem Format, ja, vorhanden sind, ja, dann, ähm, muss ich sagen, hat man einfach nicht dieses dynamische Spielgefühl wie an einem Röhren-Amp. Jetzt sagt der eine oder andere vielleicht, ja gut, jetzt, du kannst ja keine Effe mit Birnen vergleichen, aber, welchen Vergleich ich es hier machen möchte, was ich dir sagen möchte, ist, das Teil, du siehst, wie klein es ist, ja, das Ding passt wirklich in jeden Gigback und das Teil wiegt gefühlt nicht mal ein Kilo. Vom Sound her, aber exakt so wie ein Röhren-Amp, ja, es gibt auch viele, viele Soundbeispiele, wo Thomas einen direkt im Vergleich macht, zwischen richtig krassen Boutique-Amps aus den 60er, 70er, 80er und mit dem Ding und es gibt kaum einen Unterschied, vom Sound, ja, und deswegen, rein vom Vergleich her, von der Größe her, kannst du es eigentlich mit dem Röhren-Amp nicht vergleichen, sondern eher mit so einem digitalen, irgendwie mit dem Pod oder sowas vorher gespielt habe. Und dafür, dass es so klein ist und so leicht, ja, aber klingt wie ein Röhren-Amp, das ist echt eine sowas von krasse Innovation, eine quasi Revolution, wenn ich mal so sagen darf und das finden wir beide, also Chris und ich, sowas von geil und da sind wir sowas von glücklich und auch dankbar, dass es jemanden gegeben hat, in dem Fall dann den Thomas Pluck, der so ein Teil erfunden hat, was in jeden Geekpack reinpasst, was du einfach so in der Hand halten kannst, was mega einfach ist, aber trotzdem diesen Punch, diese Dynamik und dieses Spielgefühl von einem Röhren-Amp hat, plus, jetzt sagen vielleicht einige, ja, okay, Thomas, schön und gut, hat ja auch einen coolen Sound, aber wahrscheinlich bekommt man jetzt auch nur so seinen Sound hin und irgendwie das auch wieder so ein Gleichmachen, dann klinge ich genauso wie er. Nein, stimmt absolut gar nicht, du kannst dir wirklich deinen eigenen Soundscreen, hast auch alles mit dabei, was es benötigt, das heißt, du hast hier einen Clean-Kanal, einen Vintage, Classic, einen Modern-Kanal, Equalizer hast du hier ganz normal, Reverb, du hast hier Master-Volumen, übrigens, das ganze Teil reagiert auch wie ein richtiges Röhren-Amp, das heißt, umso mehr du das Master aufdrehst, umso mehr kommt das Ganze dann quasi auch in die Übersteuerung und so sieht das Teil erstmal aus, ich bin jetzt wahrscheinlich schon viel näher drauf eingegangen, als ich überhaupt wollte, damit siehst du einfach nochmal meine Begeisterung, hier hast du auch ein paar Knöpfe, ja, und hier nochmal, jetzt sieht man vielleicht nochmal die Ausgänge, ja, viel mehr wichtig ist gar nicht dazu sagen, das kommt dann alles in der, in den großen Review, das erstmal, damit du siehst, wie schaut das Teil aus und wie kommt es zu dir nach Hause und ich lasse ein bisschen halt mal draußen, kann es wieder bei mir einstüpseln und hier übrigens, ja, das ist quasi diese Nano-Tube, die man hier drinne hat, ja, und das Ding ist wirklich einfach nur, es ist bombast, es ist wirklich Hammer, also ohne Scheiß, ohne zu übertreiben, wir wurden jetzt auch nicht von Thomas oder von irgendwen bezahlt dafür, das jetzt so sagen, wir sagen es wirklich aus Überzeugung, das ist auch uns mega wichtig, wenn wir das nutzen und wenn wir das promoten, ja, dann machen wir es aus Überzeugung, okay, und, und was eben auch authentisch ist, ja, so, jetzt hier, das erstmal zum OM1, jetzt hier noch zur Bluebox, was ist die Bluebox, hier steht schon Speaker Emulator IR, IR steht für Impulse Response und dieses, wo steht es hier, dieses V, ja, VST, kannst glaube ich kaum lesen, steht für Virtual Speaker Cabinet Collection, machen wir das Ding mal auf, ist so ein bisschen, so leicht wie so eine Apple-Schachtel, ist auf jeden Fall sehr hochwertig, muss ich sagen, so auch hier User Manual und dann hat man hier das gute Stück, ist relativ klein, ist nochmal eingewickelt, was nicht mit dabei ist, ist nochmal ein Netzwerkkabel, also ein Stromkabel, da geht aber jedes V9 bis V18, das heißt, hat man ja in der Regel auch zu Hause, wenn man eh schon Effektpedale nutzt, also das ist jetzt kein Kostenfaktor, auch kein Faktor, wo ich sage, okay, das ist negativ, weil, wie gesagt, das Ding kann man sich nur dazu kaufen, kostet glaube ich keinen 10 Euro, kann man auch jedes Ding zum Beispiel vom Boss, oftmals hat man ja schon ein paar Effekte zu Hause noch rumliegen, ja, also, das ist die Blue Box, so sieht das ganze Teil aus, was ist es im Endeffekt, ist das eine Emulation für eine der besten Speaker-Cabinets, die es überhaupt mal so, ja, gegeben hat, und zwar, es sind glaube ich 16 an der Zahl, das Nano-Cap ist zum Beispiel und das Fat-Cap sind die beiden von Thomas Pluck persönlich und dann geht es hier weiter, natürlich hat jetzt hier dann das anders unbenannte Stack und dann mit den einzelnen Jahrenzahlen, beziehungsweise hier auch diese 2, 1,12 oder 2,12er, das sind im Endeffekt dann, ja, die Zahlenbeispielen kommen wir logischerweise auch noch dann in dem Review, hier hatten wir mal so ein paar Cabinets, ja, die da mit dabei sind, also von Marshall logischerweise, über Mesa Boogie, über Fender, du hast hier auch nochmal alles mit dabei stehen, ja, worauf die basieren, das ist nochmal richtig cool und im Endeffekt, das Ding ist zwar klein und sieht relativ unspektakulär aus, aber es ist richtig geil, weil zum einen von der Bedienung her und da muss ich auch zum M-Bonn sagen, von der Bedienung her, mega gut gelöst, du hast hier 2 Knöpfe, das heißt, du kannst relativ wenig falsch machen, ja, den einen Knopf, damit selektierst du dann die einzelnen Speaker, ja, hat auch eine gute, Haptik, fühlt sich einfach gut an, ja, wie so ein Uhrwerk und hier hast du die Mikrofon, äh, Mikrofon, Mikrofon Position, das heißt, stell dir vor, du hast hier einen Speaker stehen und da steht ein Mikrofon und das simuliert das quasi, ja, wenn du es hier ganz auf hast, dann steht es quasi mitten im Center vom Speaker oder hier Edge, heißt dann quasi an der Kante, ja, an der Ecke von, von dem, ähm, Speaker, also vom Lautsprecher, okay, dann hast du hier nochmal High, Low und Mid, das ist nochmal die, ähm, wie sensibel das Signal quasi durchgeleitet wird, also wenn du es hier unten auf Low hast, ist es etwas leiser, wenn du es hier oben auf High hast, dann ist es sehr laut, ähm, ja, das gibt es nochmal dazu sozusagen, hier oben hast du den Eingang für Stromkabel und dann rein von der Verbindung her, ähm, du hast hier auch nochmal, äh, in Line Out für Kopfhörer, gehst im Endeffekt hier vom Amp One rein, ja, ins Line In oder kannst du einfach mit der Gitarre reingehen und hier, Mik Out, da gehst du an dein Mischport beziehungsweise an dein Audit Interface und kannst dann direkt recorden in deine Digital Audio Workstation, je nachdem, was du da nutzt, ja, das heißt, da brauchst du auch nicht mal über den Treiber oder sowas, weil es alles kommt von dem, von dem Ding, ja, und auch hier muss ich wiederum sagen, dafür, dass das Ding so klein ist und was hier alles für Speaker mit dabei sind, die eben auch wirklich legendär sind, ja, gerade hier so die Greenbacks, 25er und sowas, hier diese 70er, die klingen sowas von rattenscharf geil und einfach authentisch, ja, das ist ja das Geile, es klingt authentisch exakt so, wie wenn du dir jetzt eine 412er-Box in deinem Wohnzimmer stellst, die, keine Ahnung, 20 Kilo wiegt und wahrscheinlich auch mehr kostet als das Ding hier und da hast du nicht nur eine, sondern hast du verschiedene Cabinets, ja, die du testen kannst, also auch das, nochmal Respekt und vielen Dank an Thomas, dass er sowas entwickelt hat, eine richtig, richtig geile Lösung, ich mache mal kurz die Kamera wieder auf, hoch, so etwas abrupt, aber ich dachte mir, ich labere die ganze Zeit, deswegen will ich dir zumindest auch in die Augen schauen, ja, also da an der Stelle super vielen Dank, dass er überhaupt sowas entwickelt hat und da sieht man eben auch wirklich nochmal, dass seine Erfahrung da eingeflossen ist, weil, wie gesagt, auch das Ding klingt einfach richtig geil und da hast du so viele Sounds zur Auswahl, womit du dir am Endeffekt deinen eigenen Sound dann kreieren kannst und von daher auch hier ganz große Empfehlung und das eben auch nochmal, das wollte ich gerade nochmal sagen, das war für Chris und mich sehr, sehr wichtig persönlich, dass wir eine Recording-Lösung haben und das ist mit dem da, also der Amp One würde allein auch schon gehen, ja, aber hier hast du natürlich nochmal die Speaker-Simulations mit dabei, die nochmal das Ding richtig rausreißen und das war für uns dann auch die Sache, wo wir gesagt haben, okay, das ist super cool, da haben wir wenig Kabelei und auch keine großen anderen Aufwendungen, das Ding ist auch klein, der Amp One ist klein, das heißt, passt überall mit rein und von daher, let's do it, ja, das heißt, Chris und ich nutzen jetzt auch dann den Amp One mit der Blue Box, ja, ähm, und ja, du könntest echt nur jedem empfehlen, das erstmal jetzt hier in diesem Video, das ist glaube ich länger geworden, als ich überhaupt machen wollte, ähm, ich bin jetzt etwas hier und da emotional geworden, weil das Ding so cool ist, ähm, das erstmal in diesem Video, wie gesagt, es wird noch weitere Reviews geben, wo wir viel, viel tiefer auf die Geräte nochmal eingehen, wahrscheinlich erstmal zu der Blue Box und dann zum Amp One mit natürlich auch Soundbeispielen, wo wir wirklich wahrscheinlich einfach mal die Kamera auf das Ding halten und dann in den Reglern drehen und dann für, keine Ahnung, 5 oder 10 Minuten mal schauen, was da für Sounds rauskommen, okay, für diese Videos, da bitte ich dich schon mal, wenn du Fragen haben solltest, auf was wir eingehen sollen, was interessiert dich am Amp One, auch an der Blue Box, dann lass uns mal deine Fragen unter diesem Video hier da, okay, und dann können wir die nämlich in dem Review mit entsprechend aufnehmen, okay, ja, ansonsten war es das hier erstmal in diesem Video, ich hoffe, es hat dir gefallen, wenn ja, dann gib dem Video auch einen Daumen nach oben und wie gesagt, stell uns deine Fragen zum Amp One und zur Blue Box unter dieses Video, da gehen wir dann gerne in dem Review drauf ein und dann wünsche ich dir einfach noch mega viel Spaß beim E-Gitarre lernen, beim E-Gitarre spielen, übrigens, falls du E-Gitarren Anfänger bist, dann schau auch mal unten in die Videobeschreibung, da findest du einen Link für unsere kostenlose Trainings-Videoserie, speziell für E-Gitarren Anfänger, da lernst du nochmal deinen ersten Song, wie du Skalen, improvisieren lernst und so weiter und so fort, richtig, richtig geile Sache und dann an der Stelle nochmal super vielen Dank an den Thomas Blug und an den Kai von Blue Guitar und dann sehen wir uns in der nächste Lektion, bis dahin, rock on!